Böhler-Oderholm, Ihr Edelstahlpartner in der Schweiz mit internationalem Background. Mit seinem weltweiten Vertriebsnetz versteht sich Böhler-Oderholm zusammen mit seinen Werken in Österreich, Deutschland und Schweden als Global Player. Und mit seiner breiten Angebotspalette und der langjährigen Präsenz in der Schweiz als leitendes Unternehmen im Schweizer Edelstahl-Business. In unserem modernen Hochregallager in Wallisellen sind über 2000 Tonnen Edelstahl in Form von Stäben und Blechen zum Kommissionieren eingelagert. Sägen, Schleifen, Fräsen – eine gerne und vielgefragte Dienstleistung, welche wir für unsere Kunden erbringen, damit diese sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Mit unserem neuesten, leistungsstarken Maschinenpark sind wir in der Lage, unsere Kunden noch schneller und zuverlässiger bedienen zu können. Testen Sie uns! Unsere informative und übersichtliche Lagerliste gibt Ihnen einen kompletten Einblick in unser Edelstahlangebot. Bestellen Sie unter www.edelstahl-schweiz.ch Für Edelstahl Böhler-Oderholm